YouTube-Patch, willkommen im YouTube! Äh, ja, heute streamt der Panda, aber das Ganze wird wie immer im Stream aufgenommen. Ja, ich mach ja, im Ernst zu sein, ja fast gar keine Aufnahmen mehr, die nicht im Stream sind, von daher... Von daher ist das ja nichts Neues, ihr Lieben. Ja, ich wollte hier mit dem Steuerkreuz eigentlich spielen, das ist, glaube ich, viel, viel angenehmer bei dem alten Spiel hier. Hätte ich am besten doch nicht den Pro-Controller genommen, aber ja. So. Ich hab mal, ich hab nur kurz meinen nackten Kissen entfernt, das war doch ein bisschen, äh, im Weg hier. Dauernd. Ist nicht wirklich, glaube ich. Thema, besser spielen mit dem Steuerkreuz als mit dem Analogstick, ihr Lieben. So, geht's hier hoch. Übrigens, ja, ich weiß wieder ungefähr, wie es weitergeht. War ja letztes Mal ein bisschen das Problem, dass ich das nicht genau mehr wusste. Weil, dass man immer X bei jeder Treppe muss drücken, ne? Das ist, äh, ein bisschen suboptimal gelöst hier, in dem Teil. Aber gut, gut. Wie gesagt, ich versuche, so gut wie es geht, die Teile durchzuspielen, die ich durchspielen wollte. Da kriegen wir das schon hin, hier. Es ist, äh, ich kann sie nicht öffnen, aber ja. Da drüben ist auch ne Tür, da hab ich nie versucht, durchzugehen. Weil ich ein Trottel bin. Oh, Gott! Äh, so ist halt 20 Stück. Jo, der ist auch bei euch. So ist er. Warte mal. So. Oh. Greenscreen. Einen Moment. Was war immer da? Arschstämmig? Einen waren die nicht da, ne? Das ist der Witz bei der Sache. Also da, wo ich's getestet hatte. Ah! Ist er jetzt weg, oder ist das ein Foto, weil ich jetzt kacke, äh, wo umspiele? Das ist für mich, äh, ja. Das ist für mich groß, ne? Wollen wir uns mal kleiner. So. Jetzt bin ich zwar winzig, das glaube ich für euch, aber egal. Also. Also. Am besten geht man, glaube ich, hier bei Wurm vor. Man ignoriert ihn einfach. Wir hätten hier schon einmal ein andermal hin können kommen, wie der Wurm, glaube ich, noch nicht rausgekommen wäre. So. Ja. Den Moment haben wir aber leider verpasst. Und somit haben wir da Wurm, äh, auf der Back und können draußen nicht entspannt einfach alles einsammeln. Aber ja. Ich weiß, dass du noch lebst. Ja, bitte stirb. Ich weiß, du lebst nicht mehr, weil du jetzt tot bist. Ja, ja. Das nehmen wir natürlich mit. Müssen wir sich wieder an die Steuerung hier gewöhnen? Müssen wir jetzt? Ich denke, ich muss sofort erwarten. Gieß sie weg. Bleib liegen. Wenn die jetzt verletzt wegen dem einem Bisse. Kommt aus dem anderen. Ich weiß gerade nicht, ob aus dem anderen auch Blut rauskommt. Jo. Die Peile nehmen wir natürlich mit. Muni wäre zwar auch nicht schlecht, aber gut. Äh, jo. Drück mir die Karte bitte aus. Ihr netten Leute. Druckt sie mir einfach bitte aus. Sehr gut. Das nehmen wir natürlich mit, ne? Oh Gott, es ist heute stürmisch bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Heute ist richtig unangenehm draußen. Aber wenn ich streame, habe ich gerne Fensterbissen in der Kippe. So. Immer ein bisschen frische Luft hier drin zu haben, weißt du? Ich will aber noch nicht mein grün-rotes Graub benutzen dafür. Das ist mir gerade zu schade. Um mich jetzt schon wieder zu heilen. Da geht's auch noch eine Treppe hoch. Sieht's aus überhaupt mit unserer Pse. Oder was haben wir da noch? Nicht viel, ne? Ich glaube, hier in diesem Abteil hätten wir auch, ähm, hier. Wie heißt es? Ähm, die Armbrust gefunden, glaube ich, irgendwo. Also, wir werden die auch irgendwo jetzt finden. Aber, ja. Ja. Das war eine Kugel verschwendet. Leider. Ein Getränkautomat. Ich brauche nichts zu trinken. Ich glaube nicht, dass das auch ein Getränkautomat ist. Sieht eher wie ein Zigarettenautomat aus. So. Das war sehr knapp mit der Muni hier gerade. Ich würde ja sagen, ich ignoriere einfach welche und töte mich alle. Die Schränke kann man nicht öffnen. Schade. Ach, da ist noch so einer. Da ist da noch so einer. Der liebe kleine Zombie. Dann kommen sie mal an. Dann kommen sie mal an, bitte. Sehr gern. Ja. Ich trottel. Beziehungsweise, ich und diese Steuerung werden, glaube ich, nie Freunde. Das ist nichts Interessantes. Das ist der Schrank, den du aufmachen kannst. Das ist nichts Interessantes. Das sagt gleich. Kommt die Pfeile mit. Lade deine Waffe mal nach. Das ist auch noch ein Schrank. Hier eine Menge Pfeile. Ich glaube, ja. Hier hätten wir irgendwo die Armbrust durchgekriegt, ne? Wäre vielleicht doch logischer, erst vielleicht nach der Armbrust zu suchen. Was haben wir denn hier? Oh, mehr Pfeile. Toll. Bevor wir dann durch diese Tür gehen. Gehen wir nochmal zurück. Und wir gehen nochmal die Treppe hoch. Nur zur Sicherheit. Beziehungsweise, ich erinnere mich, dass die Armbrust oben war. Tut mir leid, Leute. Ich will jetzt doch dann die Armbrust holen. Unsere Pistolen-Munni wird sehr, sehr knapp gerade. Äh, die Tür klingt gefehlt. Ich kann sie nicht öffnen. Bam, bam, bam. Und? Und? Ist es still hier drin? Zu still? Äh. Schwär mich mal nicht. Da liegt sie. Gute Armbrust. Ein Dokument. Memo überpassen. Die Sicherheitstüren im Bio-Experimentraum lassen sich mit einer vierstelligen Codenummer öffnen. Das weißt du doch, oder? Äh, weißt du doch hoffentlich noch. Ich habe gerade Anweisungen vom Systemadministrator bekommen, diese Codenummer wieder mal zu ändern. Was mich nur beunruhigt dabei, ist die Tatsache, dass du ja öfters wichtige Memos verschusselst, Hohlzahlen vergisst oder sogar Chemikalien verlegst. Ja, der ist perfekt für, äh, in der Geheimorganisation zu arbeiten. Äh, um dieses Problem zu lösen, habe ich mir etwas einfallen lassen. Du kennst doch das Bild mit dem roten menschlichen Skelett hinten im Bio-Experimentraum, oder? Ich habe die Zahl, die dort auf dem Bild steht, als Codenummer angegeben. Wenn du also dieses Memo verlierst und die Zahl vergisst, schau einfach dort auf dem Bild nach. Naja, ich glaube nicht, dass du diesen Notfallcode jemals brauchen wirst. Aber jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid. Also pass auf dich auf, Indy. Sie haben eingeheftet. Jo, natürlich, dann heften wir das ein. Aber wenn er diese Memo ja verliert, wo das draufsteht, dass die Codenummer da im Skelett ist, woher will der denn das danach noch wissen? Was ist das, was ich mich frage? Ich kann nicht die Tür öffnen! Mh, lecker! Es scheint niemand hier zu sein. An der hinteren Wand hängt ein rotes Bild. Ich kann die Nummer von hier aus nicht erkennen. Notfall, die Tür ist verriegelt. Auf der Tür steht Bio-Experimentenraum. Die Raumluft ist nicht normal. Ich kann die Codenummer nicht eingeben. Ob ich sie nicht weiß. Das wäre so der Satz, der da noch gefehlt hat dazwischen müssen. Das war sehr, sehr knapp. Das war nicht nur knapp, sehr, sehr knapp, Claire. Vor allem so schnell, wie es runterging. Und jetzt machen wir die Armbust. Jetzt können wir die anderen Räume noch durchsuchen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was zum Ballern. Das ist ja auch nicht so schlecht, ne? So. Das klingt, als hätten wir hier nette Leute in der Sauna. Komm schon, Claire. Auf den Kopf. Das ist für den sofort los. Hier ist eine Sauna. Eine Sauna. Der Raum ist voll heißer Luft. Okay, aber sonst gibt es hier nichts Besonderes. Gehen wir mal runter. Ey, ey, ey. Ey, Kumpel. Egal, wenn man mein Bein beißt. Wir müssen uns eh irgendwann wieder heilen. Von daher... ...weiß ruhig mein Bein. Das Gerät kontrolliert den Wasserlauf. Den Wasserlauf anhalten, ja. Keine Reaktion. Es scheint nicht zu funktionieren. Irgendwo muss ein Rohr für die Zirkulation sein. Aber nicht hier im Raum, oder? Ich glaube nicht. So war es eigentlich unwirklich hier rein. Nur Munitionsverschwendung. Okay, für den Moment. Munitionsverschwendung. In der Hoffnung, dass die nicht respawnen. Dann war es vielleicht doch keine Munitionsverschwendung. Einmal. Ups. Sehen wir? Oh, man kann einfach sofort alle Pfeile reinwerfen. Ja, okay. Okay. Das ist natürlich... ...natürlich, ähm... ...geil. Sag ich mal. Vor allem vor Vorteil, ey. Du musst nicht mehr nachladen. Hier, die Pfeile brauchen nur lange. Da haben wir gerade gemerkt. Bis du damit den Gegner wirklich down hast. Und, äh... Der Gegner kriegt damit wahrscheinlich auch nicht wirklich so einen Ricksstoß. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber egal. Egal. Da liegt doch was, oder? Hier beim Telefon. Ja. Ja. Äh, es kratzt... Äh, ich kratze. Wir benutzen die Bio-Hazard-Karte. Das ist jetzt wieder dazugegangen. Natürlich. Natürlich. Toll. Ihr wisst gar nicht, was für eine Freude ich gerade in mir habe. Deswegen... Ne? Auf Intelligen. Das ist ja ne? Das ist ja ne? Elfwin, zurück in deine Höhle. Äh, nee, zurück zu Batman in die Höhle. Komm schon, komm schon. Da ist er weggelaufen. Äh, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ein Relief, scheinbar ist es sehr alt. Was haben wir hier? Äh, in diesem indigo-blauen Schild ist eine Höhlung. Ja, Wimmelbild. Spiel hier. Mit Aussparung, wo der Controller vibriert. So. Bitte. Geht jetzt auch hier runter, ist doch alles eine Falle, oder? Substore Muni, das ist super. Äh, so. Frage ist, welche Tür nehmen wir zuerst? Ah, Safe Room. Mag Safe Rooms? Da, ein grünes Kraut. Nehmen wir mal. Jawohl, ich will aber das Kraut, was sich nicht traut. Und nicht die Arbeitswoche. Danke. Arbeitskleidung hängt hier. Die Leute haben hier wohl ihre Pause verbracht. Da gibt's auch wieder was zum Speichern. Ein Farbband, das ist wunderbar. Was ist denn das? Oh, Blutstimme. Und das könnten wir dem einen Typen da bringen. Falls er jetzt noch lebt. Weil, wie gesagt, wir hätten früher schon hier hin könnten kommen. Glaube ich. So. Das machen wir. Wir holen mal das raus. Und das machen wir rein. So. Und speichen wir. In dem Vorwierspeicher mache ich noch den hier. So. So. Jo. Spielstandsicher. Spielstandsicher. Das könnte ich noch wieder einlagern. Brotten. So. Ich weiß nicht, auch noch könnte gucken. Wie stark sind wir... Nee, ich brauch noch was zu nehmen. Dann laufen wir eben verletzt. Ein bisschen verletzt rum. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ein bisschen Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, ihr Lieben. Gott, diese Lache, ey. Habe ich also nicht mal Angst bei dieser Lache? Es ist egal, wenn er es zu ist. Es ist egal, wer... Oh, ein Troller vibriert wieder. Na da. Leser, öffne ich. Hallo? Diese Töne wird ganz krass hier gespielt, um die aufzumachen. Hä, hä, hä. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... ...ein paar Uzzis. Die wollte Steve doch haben, damit er uns die goldenen Dinger gibt. Es ist ein bisschen unfair, dass wir ihm sie überlassen. Aber ja. Munition für die Maschinenpistolen liegt da. Oh Gott. Das ist absurd, ey. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020